flow bitte kauf mal nicht deutsche sprache schwere sprache diesmal nicht von rangnick sondern von lünebässe produziert ja let's go man merkt halt schon direkt dass es ein anderer beat ist und ja das video von wasp mp4 sieht halt wieder nach extrem geilen colorgrading aus und ja ich gebe einfach dafür wieder einen punkt für flow konsum kaufst du weiter ein bleib doch in der zukunft doch alles gleich apple ist ein witz und auch amazon ist schüt schaut euch selber ins gesicht bitte kauf mal nicht gibt sowas doch bitte keine chance ich weiß doch so kann man nicht weiterkommen okay also hock kriegt drei punkte beat in der hock kriegt er einen punkt also ja finde ich halt richtig geil dass er mit der hocka einsteigt in einer zeit voller bedeutungswürdig dann ist anwert im ertrag mann weiss es durch marketing ob mein dinge mag die glöss auf jeden fall sein einstieg bekommt einen punkt auch wenn es ein bisschen unverständlich war ja seine stimme bekommt einen punkt sein flow bekommt einen punkt ja auf technik werde ich noch achten die globalisierung schieß richtung zielroerde alle sind konzernt außer die konzerne geil also technik von kriegt er auch die bildst du was enterpris wachs in korte na rein kein raumschiff von braut schiffstrom für die enterprise aus welnen in afrika dafür lust und ja keiner und statt im eimer ein brunnen ist von der brunnen im eimer das ist nicht so geil und damit kann doch keiner punkten doch das ist immerhin besser als kauf dir meine runden denn ich bin viel schlimmer leg den klimawandel weg ich mach dich mal seit sieben jahren rap geil 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 da wird halt noch in ihrem sieben jahren rap vom meister gesessen alter geil ja ich gebe auf jeden fall noch einen punkt für die message und weil ich die für triple zahl halte ich in etwas glück also bin ich nicht der sommer nur weil ich wessen klage kauf dieses shirt das hat das aller schütze logo doch wieso die runde kaufen ey ich mach ja sogar promo hm eieieiei so dass mit dem bitte kauf meine runde bitte 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 das geht mir halt so auf die nerven ist echt so ja das war ja der jtm c halt meiner namen nach nicht so dass jeder so sagt bitte 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 kauf meine runden das hat ja erst mit grinch hell angefangen also ja und der hat dann dadurch sensor raus gevotet ist halt echt schade aber ja ich weiß dass das die hook ist ja und die hook kriegt zwei punkte nicht hook bridge die hook kommt jetzt und die hat drei punkte bekommen ein produkt wird dir angezeigt zu nem starken preis also schlag mal ein gleich konsum kaufst du weiter ein bleibt doch in der zukunft doch alles gleich apple ist ein glitz und auch immer sind es shit schaut euch selber ins gesicht bitte kauf mal nicht gib so was doch bitte keine chance ich weiß doch so kann man nicht weiter kommen wunderschöss dieses gehampel von medio g ich feier das übelst die anderen haben mir abgeliefert jetzt im ernst kauf zentui niemand kann so aggressiv rappen wie er das freut mich sehr freut mich sehr ok das bin ich schon geil vom flow er geht auf krebser und dann auf krebser und dann auf krebser das ist halt auch geil vom flow gemacht das ist feier er geht halt einfach auf alle songtitel ein und die krücke bricht daher stützen nicht wenn mich sympathie nicht trägt reiß die letzte brücke mit komm ich noch mal weiter leiden klick zahl kauf ich dich ins finale nur so kann ich mein gesicht wahren hm das ist jetzt sowieso nur medio g die maske runter nehmen und nicht voll auf und komm ich trotzdem im text weiter mit dem lieben das ist das wie ich auf eine metalbeater schreit vor ironie ihr wollt mein face reveal steht ok der 1 vor der bridge kriegt halt auch noch einen punkt 31 punkte für flow ... 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 Wird dir angezeigt zu nem starken Preis, also schlag mal ein, Gleichkonsum kaufst du weiter ein, bleibt doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Blitz und auch Amazon ist Shit, schaut doch selber ins Gesicht, bitte kauf mal nicht, gib sowas doch bitte keine Chance, ich weiß doch, so kann man nicht weiterpacken. Ein Produkt wird dir angezeigt zu nem starken Preis, also schlag mal ein, Gleichkonsum kaufst du weiter ein, bleibt doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Blitz und auch Amazon ist Shit, schaut doch selber ins Gesicht, bitte kauf mal nicht, gib sowas doch bitte keine Chance, ich weiß doch, so kann ich nicht weiterkommen. Ich gebe auf jeden Fall noch für den Beat generell und für das Gesamtpaket den Punkt, so war 33 Punkte, ist damit Punkte gleich mit Punches, also ich hätte mit deutlich mehr gerechnet eigentlich, aber ja. Und wie Punches und Meiser kriegen wir uns natürlich auch Flow wieder von neu. Ein Produkt wird dir angezeigt zu nem starken Preis, also schlag mal ein, Gleichkonsum kaufst du weiter ein, bleibt doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Blitz und auch Amazon ist Shit, schaut doch selber ins Gesicht, bitte kauf mal nicht, gib sowas doch bitte keine Chance, ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen. In einer Zeit voller Bedeutungswurz liegt alles an Wett im Ertrag, man weiß es durch Marketing, ob man Dinge mag, die Globalisierung schießt Richtung Zielroherde, alle sind konzernend außer die Konzerne. Willst du was Enterprise, packst in Cortena rein, kein Raumschiff, man braucht Schiffsraum für die Enterprise. Aus Wellen in Afrika, da verdurstet ja keiner, statt im Eimer ein Brunnen ist von der Brunnen im Eimer. Das ist nicht so geil und damit kann doch keiner punkten, doch das ist immerhin besser als kauf dir meine Runden, denn ich bin wie... Was ich am Anfang ein bisschen kritisieren muss, ist halt seine Mische, aber er macht das halt auch erst seit einem Jahr, muss man sagen. Das ist halt wirklich das eine, was man an ihm etwas kritisieren muss, aber irgendwie ist das auch sein Markenzeichen, wie es scheint, oder? Schlimmer, leg den Klimawandel weg. Ich mach dich mal seit sieben Jahren Rap. Und weil ich die für Triple-Zahl halte ich in etwa Sklaven, also bin ich nicht der Sommer, nur weil ich Westen klage. Kauf dieses Shirt, das hat das Allerschutz-Logo, doch wieso die Runde kaufen, ey, ich mach ja sogar Promo. Ihr wollt mein Face-Review, steht in den Kommentaren, welcher Rack-Impfsi hat denn das vorgeschlagen? So ne Maske wickt stärker auf Personen, neue Euros bei Nestle, viel besser aufgehoben. Ein Produkt wird dir angezeigt, zu nem starken Preis, also schlag mal ein. Gleich Konsum kaufst du weiter ein, bleibt auch in der Zukunft noch alles gleich. Ändl ist ein Blitz und auch immer Sinn ist Shit, schaut euch selber ins Gesicht. Bitte kauf mal nicht, gib sowas doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen. Die anderen haben mir abgeliefert, jetzt nehm ich ernst, kauf Zensui, niemand kann so aggressiv rappen wie er. Kauft Mainz, der Puzzle-Score-Talks machen, die hängelblieben. Und bitte kauf Punches, weil aus Kanzu gute Message bieten. Die haben's verdient, ich bin anders als sie, ist stay tuned. Durch Leuten die Glocken, für meinen Hype hört keiner mehr zu. Ich bin der Krebs und kam nur, weil ich rumlutsche in das Turnier. Energie und Mühe los, du Puff-Wuppe wie Karo Cream. Zapsarapata, der Papelz, dein hier trügt der Schein. Jeder Hans-Want den Flowlaser, doch jetzt bricht das Bein. Und die Krücke bricht, da helfen Stützen nicht. Wenn mich Sympathie nicht trägt, reißt die letzte Brücke mit. Komm ich noch mal weiter, leidend Klickzall, kauf ich dich ins Finale. Nur so kann ich mein Gesicht wahren. Und komm ich trotzdem zum Text weiter mit dem Lied. Ist das wie ich auf einem Metal-Beat, das schreit vor Ironie. Ihr wollt mein Face, wie wir steht in den Kommentaren. Welcher Rack im C hat in das Rohr geschlagen? So eine Maske wirkt stärker auf Personen, neue Euros bei Nestle, viel besser aufgehoben. Ein Produkt wird dir angezeigt, zu einem starken Preis. Also schlag mal ein, Gleichkonsum kaufst du weiter ein. Bleibt doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Blitz und auch Amazon ist Shit. Schaut doch selber ins Gesicht, bitte kauf mal nicht. Gib sowas doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann man nicht weiterpacken. Okay, das war die Runde vom Flow. Ich habe halt absolut keine Ahnung, wer in meiner Analyse vorne sein soll. Also Flow oder Punches, weil das Ding ist, die sind halt bei der YouTube-Bewertung relativ gleich auf. Und ich glaube, bei den Downloads wird das auch sehr knapp sein. Punches könnte vielleicht sogar vor Flow landen. Ich weiß nicht. Ja, schauen wir mal, was passieren wird. Auf jeden Fall, jetzt kommt Sensory.